Moin moin Leute, hier ist Janisli und eine kleine Stream-Ansage. Ihr seht schon ein ganz neues Layout jetzt mit einem Bild hier an den Seiten drinnen. Und zwar gibt es jetzt einen Stream und zwar morgen um 17 Uhr. Das ist der 18.04. um 17 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Die Adresse, wo ihr mich erreichen könnt, ist twitch.tv slash Janisli. Darauf werde ich streamen. Ja, ein bisschen Treasure Cruise, vielleicht eine Stunde, eineinhalb Stunden. Mal gucken, wie viel Zeit wir in Treasure Cruise verbringen können. Mit ein bisschen Interaktion zwischen euch natürlich. Und sonst noch irgendwas? Ja, die nächste Stunde werden wir vielleicht ein bisschen Multiplayer machen, falls ich einen meiner Freunde auftreiben kann. Die sind gerade alle mit Loll-Spielen beschäftigt. Mal gucken, wie das bei denen aussieht. Auf jeden Fall werden wir auf twitch.tv slash Janisli streamen, beziehungsweise ich. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dazu seht. Hier seht ihr das Design, hier bar, ganz um mich herum, dieses ganze Design. Und so wird es jetzt auch in den nächsten Folgen aussehen, aber so wird das jetzt erstmal, ja, in der nächsten Folge. Die kommt morgen um 10 Uhr und dann kommt der Stream um 17 Uhr. Also, da werdet ihr das sehen. So, das war es eigentlich. Der Link zu meinem Twitch ist in der Beschreibung. Ich bin Janisli und ich wünsche euch einen schönen Tag.